Wenn man jung ist und sich für einen Beruf entscheiden muss, ist die Auswahl nicht so einfach. In der Praxis sollte diese Entscheidung einfacher fallen. Und genau mit diesem Ziel, Schülern den Alltag in Unternehmen aufzeigen zu können, haben die Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen und die Krankenkasse Barmer G.E.K. eine Kooperation im Rahmen von Wirtschaft macht Schule geschlossen. Die Wilhelm-Röpke-Schule hat viele Partnerschaften mit Unternehmen in der Region, aber die Barmer G.E.K. war bereit, in einen Bereich einzusteigen, den die anderen Unternehmen nicht so bevorzugt haben. Sie arbeitet nämlich jetzt mit den Berufskodex-Schülern und den Schülern der Berufsfachschule Wirtschaft. Und das sind junge Leute, die einen mittleren Bildungsabschluss haben und zu 80 Prozent nach der Schule direkt in die Arbeitswelt gehen wollen. Neben Kenntnissen sollte man auch berufliche Erfahrungen sammeln, um sich besser und sicherer auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu können. Durch das Projekt Wirtschaft macht Schule haben die Schüler genau diese Möglichkeit. Laut dem Geschäftsführer der Barmer G.E.K. sollte man auch kreativ bei der Bewerbung sein. Dies und noch viel mehr können die Schüler durch die Kooperation in Anspruch nehmen. Darüber hinaus über dieses Vorstellungsgespräch bieten wir auch den schriftlichen Test als einfach mal Aufgabe an, wo sie die Echtsituation nachempfinden können. Wir wollen dann in dem Rahmen auch Praktika mit den Schülern durchführen. Und das hat im letzten Jahr jetzt auch schon geklappt, dass die einfach Luft bei uns schnuppern könnten. Also das heißt, die Praxis, den Echtbetrieb mal kennenlernen, Prozessabläufe kennenlernen. Das ist das Ziel des Projektes Wirtschaft macht Schule. Durch die Partnerschaft lernen die Schüler also viel, was sie in der Schule nicht lernen können. Und mit diesen Erfahrungen können sie schon ungefähr abschätzen, was sie in Zukunft erwartet. Man sieht, das ist außerordentlich erfolgreich. Sehr viele Schulen, die sich daran beteiligen und sehr viele Unternehmen. Und zwar muss man noch sagen aller Art. Also die allgemeinbildenden Schulen oder so wie jetzt hier in unserem Fall, auch die beruflichen Schulen alle mit drin und bei den Unternehmen auch ein ganz buntes Sammelsurium. Das Projekt Wirtschaft macht Schule ist also ein Gewinn für alle Beteiligten. Die Schüler werden auf das Berufsleben vorbereitet und die Unternehmen finden so vielleicht schon zukünftige Auszubildende.